so ein FN sieben Konrad sagt uns im Part 4 dass wir sie kippen sollen was wir eh vor hatten und jetzt dem Teil von Jürgen glaube ich mit dem Theater Schiff ab das glaube ich schon jetzt hier ja das ist nur Sina der Koch mit dem Hammer mit einem Gesicht wie diesem habe ich auch geschockt Prinzess ok wir folgen dir oh mein Gott wieder der Elchintermüe Prinzessin 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 Tja die Prinzessin ist weg Meister Leute hätten jetzt kommen wir sind da man irgendwie zugeht nur das Wort hat für sie los die kamen schon die kamen aus dem Raum rein wo städtisch drin war Loll fail wow so oh jetzt kommt er ich glaube Steiner springt sogar hinterher bleibt stecken oder sowas das ist kann man nicht sein Mann das ist so was du tust das ist 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 aber die Prüsi einspringen das kräftig das ist der Fuchs Maschinenraum weiter 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 hier rein schützt sich um das Steiner das ist er doch drin jetzt gehen die Kämpfen ach stimmt das ist das ist das ist das ist das ist blank glaub ich uuuuuh Du wirst doch nicht schwer werden. Einfach so stumpfes draufkloppen. Oh ja. Oh. Oh, ich hab ja Potions. Potion auf den. Das hält dich zum Nap. Gut. Perfekt. Kann ich von dir was klauen? Ah, das Sinder hat auch noch eine low Verteidigung. Okay. Litterhelm bestohlen. Ich klaue noch was. Für was anderes bist du ja eh nicht gut. Uh. Wenigstens hast du was klauen können. Komm weiter. Zack. Das war's schon. Ne. Was ist denn das jetzt? Ich hab Angst. Was ist das für ein Keck? Ich hab's gerade geleckt hat, lol. Falsches Skill, wa? Okay, jetzt brauch's noch. Okay. Was ist das eigentlich für Fichter? Was ist das für Gollops? Was ist das für ein Keck? Kim Leo? Was ist das für ein Keck? Was ist das für ein Keck? kommt tut das also die selbst umbringt oder so was was jetzt los was jetzt was ist da eine get on number 2 ok lol mies aussahen hoffle das ist ich weiß gar nicht was ich machen soll jetzt aufs Improvisierung der Trauma studiert ok oh Markus ich hab dich so vermisst wie der Steiner guckt so sinnlos ja niemals full spanter i not allow it ja kommen im im i dann dann oder mich sich los haben sie alle so low Trappomi no more batch sie darf nicht heiraten lol so dumm so dumm so so dumm was hab ich getan? tja, du hast scheiße gebaut den Meister jetzt bringt er sich auch um schön an der Seite vorbei wer klingelt denn jetzt um die Zeit hier? ich hab keine Zeit nein hier 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 Vielen Dank.